Hallo! Wir sprechen über Sealand. Wo ist Sealand? Sealand ist gerade aus der Küste von Großbritannien. Und Sealand ist das kleinste Land? Ja, und die Bewölkung ist 27 ab 2002. 27? Wie mag Menschen leben dort? Seenacht. Menschen im Sealand leben in Großbritannien. Warum mag die Liebe dort? Es ist sehr klein. Es war eine Militärbasis. Ah, warum ich habe nicht hören von Sealand? Weil Sealand ist unerkannt durch Deutschland und mehr Länder. Warum? Sealand ist selbst unerkannt und andere Länder sie wollen, sie erkennen Sealand. Das ist sehr nicht gut. Ja, es ist. Hallo, ich heiße Harris. Und ich heiße Brianna. Und wir sind hier Süßburg-Drauber. Ihr kennt Sealand. Alles ein Land. Sealand hat was, man müsste in anderen Ländern haben. Es gibt keine Grünen. Sealand wird nicht erkannt. Sie haben ein Sportteam und ein Stadium. Aber sie haben kein Haussohn. Wir hoffen, du betracht Sealand machen Sealand ein Land. Das ist alles. Auf Wiedersehen.